Deswegen ist es eigentlich ziemlich wichtig, das möglichst früh zu machen und das hier brauchen wir ja auch für die BlackSide, sonst können wir die BlackSide-Missionen nicht machen. Oh shit. Advent ist heute schon kalt. Ich glaube, wir haben dich dafür zu bedanken. Unsere Freude, Denmutter. Enjoy it, while it lasts. Wir planen auch. Unsere Wasser-Pirifikation ist nicht möglich. Massive Signal kommt aus der Advent-Network-Tower. Es ist global. Sir, ich glaube, Sie wollen das sehen. Fellow citizens, für 20 Jahre, die Advent-Koalition hat sich in der Zeit gearbeitet, um die Ravage und Angelegenheiten der alten Welt zu verhindern. Unter unsere Steuern, unsere Stadt prosper, unsere Menschen flourish, und unsere Welt heals. Und yet? Among uns, there are still those who would refuse to acknowledge the truth, who are determined to see all that we have achieved. Multiple radar contacts on approach to Haven Alpha-7. That must end. Even as I speak to you today... You've got incoming unapproach. You've got incoming unapproach. Your signal's breaking up. ...into the Outline territories to end this scourge once and for all. They're right on top of you. Losing you, Avenger. Raise them again! We will ensure your continued safety and well-being throughout this crisis. Get your people out of there! With your cooperation, we will overcome these radical elements and ensure another 20 years of peace and prosperity. They don't stand the chance. Commander, we should get a squad ready to deploy. Das war ein Vergeltungsschlag. Oh shit. Wir sehen jetzt doch noch. Stürmen, dass diese Viecher mit den Spionen agieren können. Wenn die Melee... Wenn die Leute befreist. Review Retiliationssite. Wenn wir denen nicht helfen, dann sinkt unsere Zustimmung extrem. Deswegen werden wir das tun müssen, mehr oder weniger. So, wir können unsere Melee-Typen wieder mitnehmen. Wir können Intucible mitnehmen. Wir können Xeli mitnehmen. Dich will ich eigentlich nicht mitnehmen, weil dich hab ich nicht mehr ausgesucht. Equi ist auch wieder verfügbar. In vier Tagen könnten wir Rico wieder mitnehmen. Dann hätten wir einen Sniper, so. Ich denke, ich würde es tatsächlich so nehmen wollen. Make Utility-Items available. Aber wir müssen hier halt Flashbang drauf. So, dann können wir hier mal kurz Addits. Weapon Upgrade. Wenn du schießt, schießt du bitte genauer. Yes. So, du kriegst fünf extra Aim dadurch. Ähm... Ich glaube, ich darf aber noch in das Engineering gehen. Das ist ein Research, das ist ein Quatsch. Engineering. Build Items. Verdammt. 30 Supplies dafür. Die wäre wichtig gewesen. Schade. Äh... So. Hoffen wir mal, dass wir das jetzt gut hinkriegen. Ich hätte dem vielleicht auch Plus Aim geben können. Das wäre, glaube ich, auch sinnvoll gewesen. Automatisysteme. Man hat schon 75.1. Wie hast du eigentlich? 67... 71. Bei dir ist sogar relativ bewusst. Momentum. After using Rant, gehen im Bosen und ein Movement. Achso. Der kann... Der kann immer Ranten. Also er kann auch Sprinten-Rant machen. Und dann hat er nur Bonus-Movement. Sehr schön. Ich habe halt den Bond-Mate jetzt nicht dabei. Aber das ist jetzt einfach mal so. Pech gehabt. Ich brauche dich leider. Und da ich als Nahkämpfer ausfalle, muss der herhalten. Und die nächste Attacke immer kann er damit blocken. Nach dem Ranten kann er eine Attacke blocken. Ich durfte also nicht mehrere auf mich schießen. Es ist nur einer. Resistance Haven Defiance Valley. Stop Advent Retaliation. Rescue at least six civilians. Das ist halt... Die Aufgaben sind immer hart, weil hier gibt es meistens auch die ekel Gegner. Wie gesagt, zum Beispiel diese... die gerade gezeigt wurden. Inzwischen-Sequenz, die ihre... der Äußere das ändern können. Puh. So, mit dir fangen wir aber nicht an. Wenn, dann fangen wir uns die an. Zum Vorlaufen. Ich verliebe. Äh, puh. Ich mut mal hier im Haus und welche drin. Hier sind mal jede Menge offen, wo ich nichts sehen kann. Zur Victory! So. Ich schütte dir einfach mal an die gleiche Stelle. So ist so ein Sniper, die ich muss sowieso mal mit... Nee, du bist nicht mehr ein Sniper. Moment, das habe ich total verpennt. Du bist nicht der Sniper. Der Sniper ist Rode. Der Rode ist der Sniper. Ähm, da würde ich mich aber hier ein bisschen aufteilen. Specialist. Und jetzt habe ich hier beide Heiler auf einer Seite. Und dann schicken wir Diefstops hinterher. Muss aber so machen, also. Jetzt auch noch nach unten. Was passiert irgendwas? Ah. Verzüge dich, Naki. Assassin. Das ist richtig böse. Das ist richtig böse. Easy to target vom High Ground. Takes increased damage vom Templars. Gut, ist ein Templar dabei, ja. Und das ist ein Special-Gegner. Der dummerweise unsichtbar, wie das Schlachtflug läuft. Da kann ich halt nichts dagegen machen. Also du kannst nicht alle retten, das hat unmöglich. Warum hat sie ihn daneben nicht angegriffen? Das wundert mich gerade. Das würde für mich bedeuten, dass der unter Umständen ein Gestaltwandler ist. Die waren direkt nebeneinander. Die hätten einfach beide platt machen können. Rücke zur Zielposition vor. Boah. Hm. Wie weit? Ich komme nicht bis zum Hausende. Tatsächlich ist das ein bisschen doof. Das ist nämlich das, was ich gerne machen würde. Den maximal weit vorschicken. Weil es der Sniper ist und möglichst weit oben. Wie gesagt, ich kriege einen Bonus dafür, wenn ich ihn von oben attackiere. Ähm. Ich würde ja bei unten gleich nicht tatsächlich. Ich muss jetzt erstmal Gegner finden. Und Overwatch brauche ich nicht machen, falls der Assassin zu mir kommt. Ja, der Assassin mir leider nichts bringt. Also, der Overwatch gegen Assassin nichts bringt so rum. Warum bricht das? Irgendwie fehlt gerade die Animation der Sound, dass das Glas kaputt gehen. Lebt trotzdem noch jemand, den wir nicht abschießen. Chosen Action. Jetzt läuft sie, unsichtbar das Feld. So, du musst mal hier auf. Nicht mehr Blickkontakt haben. Nope, ist niemand. in deinem Kommandant. Woran hier überhaupt noch? Da ist noch. Da sind noch Leute. Ja, Kommander. So, sprinten wir mal. Wir kommen nicht bis ganz nach vorne. Wir können bis da nicht sprinten. Der kann aber bis ganz nach vorne sprinten. Los, los, los. Wenn die mal zu nahe kommen, das ist ein... Verdammt. Verdammt. Frage ist, ob die noch näher rankommen und wenn ja, wie weit? Ich würde dem wahrscheinlich die drüben hinstellen. Einfach Overwatch gehen. Falls er hier hier ranlaufen würde. Stasis. Also, wer macht jetzt irgendeine von mir einen Stasis oder was? Ah, genau. Da bin ich sozusagen gelähmt. Sehr schön. Aber du hast schon mal was treffen können, theoretisch. Ah, da kam der. Stollen One-Shot. Also, die sechs Leute retten ist halt schon ein hartes Ding, finde ich. So, chosen action. Ich sehe nur einen roten Bildschirm. Leider was ist. Ha. Moment mal, das ist doch der Render. Fünf bis sechs Damage. Guck, guck. So, ich hau mal mein Parry da rein. Aktuell ist hier ja niemand. Nur für den Fall, dass jetzt die Tussi da rankommt. Befehl bestätigt. Und das komme ich eh nicht mehr ran. Hier entgeht nichts. Bin dabei. Die sind halt alle da irgendwo hinten umsonst oder am Topo der Welt. Da muss ich halt eigentlich noch hinkommen. So, aber nicht mehr ins Star. Also, das ist sehr schön. Ich komme für dich. So. Verstanden. Rücke ab. Wir sind ein echter. Sie sind gerettet. Sehr schön. Verschwinden Sie. Reaching income increased. Befehl bestätigt. So. Hop, 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 hop. Wir müssen hier eigentlich ordentlich vor. Aber wir kommen langsam in den Bereich, wo Leute sind. Okay. Hier im Haus ist auch noch jemand, den man mitnehmen sollte. Wir müssen eigentlich zusammenbleiben gegen den Assassin. Sonst geht das viel nach hinten los. Ich hätte hier hochgehen können, ne? Obwohl sind halt gleich zwei Leute. Ich bin schon relativ wichtig, dass ich oben bin. Begebe mich zu dieser Position. Bin ich. Dann würde ich wahrscheinlich auch den hier direkt genau mit hier rübernehmen. Begebe mich zur Zielposition. Hier sind noch zwei Leute. Ich hätte noch einen Schritt nach vorne machen. Eigentlich nicht. Auf jeden Fall ist das ein Alien ist, will ich das nicht machen. Das ist ein Alien. So, das ist erfahren, bevor ich davor stand. Das ist unglaublich fiel. Hab ich hier. Au. Das ist doppel fiel. Das ist doppel fiel. Das ist doppel fiel. Es braucht, dass ich dich zurückkoppiere, Kommanderer. Und rüberge ich any trace of your resistance from it first. We've got the chosen right where we want them. It's time to strike. Wo rennt der noch hin? What? Shall I ferry your soldier back to my stronghold, where they can tell me of your operations more freely? Why do you do that? Warum erst mal das nicht in der Openplat, wenn es nicht anders geht? Wenn den Overwatch muss man eh nicht machen gegen den. Overwatch brauchen wir gegen den eh nicht. Der hat noch 5 HP. Und ich sehe ihn nicht, weil hier die Wand ist. Fuck. Mehr als 4 mache ich halt nicht. Mehr als 4 mache ich halt nicht. Ich würde den echt gerne aus den Days rausholen. Geht das, wenn ich so hin sprünte? Geht noch. Ich kann nur hanker down machen jetzt. Das ist immer eine harte Mission hier. Harte, harte Mission. Oh, der springt ja wieder runter. Der hat diese HP regeneriert? Nein! Don't do this. Nicht zuhauen. Oh, hat beide verfehlt. Oh, oh. Was ist denn? Harbour Wave? Okay, das ist nur Dazen. Das ist kein Damage. Er wird jetzt aber beide damit in so ein Dazen. Ich muss ihn mal platt machen. Und jetzt will ich eigentlich hier vom Hate Advantage auf den schießen. Willkommen schon. Also zumindest mal Damage auf dem Ding. Ach stimmt, wenn die Dazen sind, dann nimmt die die ja gefangen, ne? Und haut ab. Fuck! Ja, ich muss es über den Lautstärke-Mixer machen. Das ist ja vieler laut. Ja, genau. Ich verliere dadurch nämlich oder diesen... Oh, verdammt. Der erste Chosen hat es halt übelhaut. Den zu gewinnen ist es halt extrem schwer. Bin unterwegs. Sie müssen jetzt verschwinden. Los. So, habe ich erst mal noch mal jemanden. Hier ist nichts drin in dem Raum. Da kann ich das, denke ich, auch nach Hause bringen. Oh, das bin ich zu weit gelaufen, oder? Ne, jetzt ist es noch sehr gut. So, jetzt kann ich wieder auf Overwatch gehen. Lass mal nachladen. Und wir haben vier von sechs. Hier drin ist aber noch jemand. Ich bin aber noch mit. Da haben wir fünf von sechs. Und nur einen... ...einen holen. Zweite noch am Leben. Das kann man... Wo? Ja, nächster auch noch direkt davor ist, dann schaffe ich das nicht. Dann wird die Mission nicht erst erfolgreich abgeschlossen werden. Verstanden! Keboot. Hier komme ich gar nicht durch, ne? Ja. Und ab geht's! So. Kacke! Ich habe hier keine Deckung mehr in dem Bereich. Bewegung! Bewegung! Wir liegen schon an die Ecke dort. immer dann. Deswegen durfte ich die nicht dazed lassen. Deswegen durfte ich die nicht dazed lassen. Ach, nö. Sie kommen für mich! Das war übel gewesen. Das ist wichtig. So, und dann parrying wir. Aber die fällern auch um. Und dann parrying wir. Das ist nämlich so ein bisschen... Ist einmal noch ein Trick gewesen? Versuch's mal. 62 Prozent. Komm schon. Wie kriegst du? Ah, schade. Das war nichts. Nummer 52. Machen wir ja vielleicht. Dings Bones. 35. Zählen nix. Nähere mich der Zielposition. 44. Immer noch nix. Der verschiebende, ne? Ich parry halt. Easy. Ist halt sehr, sehr entspannt. Wer ein wenig Gegner hat. Ähm. Du hast doch nicht hier einen Level ab. Dann können wir dich einfach... Put renten. Das ist 1,5. Status confirmed. Wir haben gerade so geschafft als erfolgreich. Aber wir haben leider den Gegnern damit... Knowledge zugespielt. Wenn die hier ankommen, kriegen die ihren Vorteil. Das wird hart. Das wird hart. Das wird hart. Aber excellent. Es ist keiner gestorben, nur einen verletzt. Wir haben leider den Chosen nicht besiegen können, weil der halt so ewig weggerannt ist. Tatsächlich. Und du musst halt super nah zusammenstehen. Und das heißt... Schwierige Missionen. Schwierige Missionen. Ich wundere, ob es einen Weg gibt, dass wir unsere Soldaten aus dem Feld schützen können. Das ist so wichtig, wenn wir einfach durch die Gegend rennen wollen. So, unser Sniper. Longwatch. Wir können jetzt mit Squad Sides, genau, dass ihr richtig schön weit schießen könnt. Das ist super wichtig. So. 3,40 ist aber nicht so viel, von wegen. Most cohesion ist alle nur um die 3 bis 7. So, ist zivil und wieder Leichen angekriegt. Excellent work, Commander. Your efforts continue to bolster the resistance movement across the globe. So. Low supplies. Ja. Ich weiß, dass wir Low supplies haben. So. Ziegen, wenn Sie in den deutschenzen sind ... Ziegen. Sie machen. Ihn, wenn Sie in uns sehen. Wenn Sie. Sie machen. Lass uns ein, oh. Sie machen. Wenn Sie die. Good to see you, sister. Miss Creance, restrain yourselves. Lest you be restrained. No, the three of us called upon together. Something has changed. On that, we are agreed. The battlefield has shifted. Our masters have need of us. Once more. Sounds to me like they're afraid. You dare defile this place with your wretched tongue? Oh, I dare. Our children. Each children possess our strength. Each children possess our wisdom. Of all our creations, you are truly blessed. Your charge was a simple work. The subjugation of those who could see our grand design faltered. We have been pleased with you until now. Our greatest asset has been lost, stolen from us, while our strongest did nothing. We are disappointed. Thought you were the strongest. The subjugation of those who could see our hearts live in have been lost. We have been killed in our lives. We have been killed in our lives. Das ist es, unser Zeitpunkt auf diesem Weltkrieg zieht sich zu den Böden, aber wir müssen es nicht komplett abhauen, denn ein von euch ist sicherlich bereit, um diesen Weltkrieg zu retten. Ein von euch ist ein Böden. Habe ich erwähnt, dass die Zwischensequenzen ziemlich laut sind? Resistenzkontakt, okay. Resistenzkontakt ist, dass einer der gewissen, die mein Balladur kontrolliert hat, wenn wir auf Mission in Zera gehen, werden sie versuchen, das Territory zu retten. Okay. So, jetzt haben wir die Option. Wir machen DART, DART, DART oder DART. Wenn ich das dann auch machen auf jeden Fall, weil ich das brauche für die nächsten Monat, um mehr Einnahmen zu generieren. DART, 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 DART. EINST schief gegangen ist. ACHOUSN ACTIVITY, VOIDCREEN KNOWLEDGE. A BRUTAL CRACKDOWN ON THE RESISTANCE PERMANENTLY LOWERING XCOM INCOME. Oh, nö, planned activity, nö, dark events, next retailer, also nächster Vergeltungsschlag in 5 Wochen, außerdem wird es das hier geben, also auch wieder ein Sound auf den Ohren, alles klar, wir haben gerade die Abrechnung bekommen, wir haben den ersten Monen abgeschlossen, enemy attack and personal defenses are doubled, uff, a UFO hunts, UFO hunts the Avenger, nichts davon ist richtig gut, aber ich glaube ich kann nur eins von beiden verhindern, so, utilize the resistance commander, each one of the resistance factions can be assigned orders, ah, genau, with our success, comes the opportunity for learning, soldier XP gains increase by 10%, resistance orders are powerful, strategic abilities, genau, ich kann hier sozusagen Sachen auswählen, und das ist eine Wildcard, und hier habe ich noch nicht den Slot freigeschaltet, so, mehr XP, oder mehr Bonding, Ich glaube, XP ist am Anfang wichtiger, um die höheren Level schneller zu kriegen, aber herzlich willkommen zurück, Denzo, Can offer us opportunity to advance the resistance around the globe, we need to send away some of our troops for a number of days, but we are guaranteed to reap the benefits of our efforts when they return.